so leute der shop sieht dann so aus bei dem vorgeschreckten gegenstände haben wir dann mal an erster stelle maximilian das der männliche skin dabei auch schon im gestrigen shop schon drin und ist halt nun weiblicher version nennt sich pionieren bei dir was für 1500 v bucks passend dazu haben sie dann noch einen hängegleiter für 1500 v bucks ich finde der hängegleiter sieht wirklich sehr sehr nice aus und dann noch eine spitzhacker für 800 v bucks die sieht auch eigentlich relativ nice aus so bei den täglichen gegenstände haben wir dann mal gaunerin für 1500 v bucks das kind sieht ja wirklich sehr sehr nice aus meiner meinung nach dann an nächster also an zweiter stelle haben wir dann mit highlight von diesem video ist dann der neue im ort für 800 v bucks denn jetzt geschmeidiger move also leute wenn ich ehrlich bin ich mag den im ort jetzt nicht so ganz ist nicht meins so an dritter stelle haben wir dann mal ein hängegleiter für 800 v bucks und was ich gerade sehe ja moin also für 800 v bucks dann an nächster stelle haben wir dann halunke für 1500 v bucks deswegen gefällt mir eigentlich jetzt auch und ja dann an nächster stelle haben wir dann mal nacht eule für 800 v bucks also würde ich mir jetzt eigentlich nicht holen und an nächster stelle haben wir dann so fertig für 200 v bucks ansonsten war es mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen lassen leiter aber natürlich muss sein und tschüss 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 tschüss